Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes – Kraftstoffdrucksensor B-Stromkreis Intermittierend fehlerhaft Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode. Dies bedeutet, dass er für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, die über einen Kraftstoffdrucksensor verfügen – Chevrolet, Ford, GMC, Chrysler, Toyota und so weiter. Obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Dieser Code ist nicht sehr verbreitet. Die meisten modernen Fahrzeuge sind mit einem Kraftstoffdrucksensor FPS ausgestattet. Das FPS ist einer der Haupteingänge des Antriebsstrangsteuermoduls PCM für die Steuerung von Kraftstoffpumpen und oder Einspritzdüsen. Der Kraftstoffdrucksensor ist eine Art Sensor, der als Wandler bezeichnet wird. Dieser Sensortyp variiert seinen Innenwiderstand in Bezug auf den Druck. Das FPS wird normalerweise entweder an der Kraftstoffleitung oder an der Kraftstoffleitung montiert. Im Allgemeinen führen drei Drähte zum FPS, Referenz, Signal und Masse. Der Sensor empfängt eine Referenzspannung vom PCM, typischerweise 5 Volt, und sendet eine Rücksignalspannung zurück, die dem Kraftstoffdruck entspricht. Im Fall dieses Codes zeigt das B an, dass das Problem bei einem Teil der Systemschaltung anstelle eines bestimmten Symptoms oder einer bestimmten Komponente liegt. Der Code P018E wird gesetzt, wenn das PCM ein zeitweise auftretendes Problem mit dem Kraftstoffdrucksensor feststellt. Zugehörige Codes umfassen P018A, P018B, P018C und P018D. Ein Beispiel für einen Kraftstoffdrucksensor, Schweregrad und Symptome des Codes. Der Schweregrad dieser Codes ist mittel bis schwer. In einigen Fällen können diese Codes dazu führen, dass ein Fahrzeug nicht startet. Es ist eine gute Idee, diesen Code so schnell wie möglich zu adressieren. Zu den Symptomen eines P018E-Fehlercodes können gehören, beleuchtete Motorleuchte prüfen ein Motor, der schwer zu starten ist oder nicht startet. Schlechte Motorleistung Häufige Ursachen für diesen DTC-Code Mögliche Ursachen für diesen Code können sein, Kraftstoffdrucksensor Defektprobleme mit der Kraftstoffzufuhr Verdrahtungsprobleme PCM Fehlerhaft Diagnose und Reparaturverfahren Überprüfen Sie zunächst den Kraftstoffdrucksensor und die entsprechende Verkabelung. Suchen Sie nach losen Verbindungen, beschädigten Kabeln und so weiter. Wenn Schäden festgestellt werden, reparieren Sie diese nach Bedarf. Löschen Sie den Code und prüfen Sie, ob er zurückkehrt. Suchen Sie als nächstes nach technischen Service-Buildtanks, TSBs, zu diesem Problem. Wenn nichts gefunden wird, müssen Sie mit der schrittweisen Diagnose des Systems fortfahren. Das folgende ist ein verallgemeinertes Verfahren, da das Testen auf diesen Code zwischen den Fahrzeugen variiert. Um das System genau zu testen, sollten Sie sich auf das Diagnoseflussdiagramm des Herstellers beziehen. Überprüfen Sie die Verkabelung bevor Sie fortfahren. Sollten Sie die werkseitigen Schaltpläne konsultieren, um festzustellen, welche Kabel welche sind. Autozone bietet kostenlose Online-Reparaturhandbücher für viele Fahrzeuge und ALLDATA bietet Einzelfahrzeugabonnements an. Überprüfen Sie den Referenzspannungsanteil des Stromkreises. Verwenden Sie bei eingeschalteter Fahrzeugzündung ein Digital-Multimeter, das auf Gleichspannung eingestellt ist. Um die Referenzspannung, normalerweise 5 Volt, vom PCM zu überprüfen, verbinden Sie dazu das Minuskabel des Messgeräts mit Masse und das Pluskabel des Messgeräts mit der Klemme B plus des Sensors auf der Kabelbaumseite des Steckers. Wenn kein Referenzsignal vorhanden ist, schließen Sie das auf Ohm eingestellte Messgerät bei ausgeschalteter Zündung zwischen dem Referenzspannungsstift am Kraftstoffdrucksensor und dem Referenzspannungsstift am PCM an. Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss. Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität. Wenn bis zu diesem Punkt alles in Ordnung ist, sollten Sie überprüfen, ob das PCM mit Strom versorgt wird. Schalten Sie dazu die Zündung ein und stellen Sie das Messgerät auf Gleichspannung ein. Verbinden Sie das Pluskabel mit dem Referenzspannungsanschluss am PCM und das Minuskabel mit Masse. Wenn vom PCM keine Referenzspannung anliegt, ist das PCM wahrscheinlich fehlerhaft, PCMs werden jedoch selten schlecht, daher ist es eine gute Idee, Ihre Arbeit bis zu diesem Punkt noch einmal zu überprüfen. Überprüfen Sie den Erdungsteil des Stromkreises Verwenden Sie bei ausgeschalteter Fahrzeugzündung ein auf Ohm eingestelltes Digitalmultimeter, um den Durchgang zur Erde zu prüfen, das Messgerät zwischen der Erdungsklemme des Kraftstoffdrucksensorsteckers und der Gehäusemasse anschließen. Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität. Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht zwischen PCM und Sensor ein offener Stromkreis, der lokalisiert und repariert werden muss. Überprüfen Sie den Rücksignalteil des Stromkreises Schalten Sie die Fahrzeugzündung aus und stellen Sie Ihr Multimeter auf die Ohm-Einstellung. Schließen Sie ein Messkabel an den Rücklaufsignalanschluss am PCM und das andere an den Rücklaufanschluss am Sensorstecker an. Wenn das Messgerät außerhalb der Grenzwerte OL anzeigt, besteht ein offener Stromkreis zwischen dem PCM und dem Sensor, der repariert werden muss. Wenn das Messgerät einen numerischen Wert anzeigt, besteht Kontinuität. Überprüfen Sie die Anzeige des Kraftstoffdrucksensors anhand des tatsächlichen Kraftstoffdrucks die bis zu diesem Zeitpunkt durchgeführten Tests zeigen, dass der Kraftstoffdrucksensorkreis in Ordnung ist. Als nächstes möchten Sie den Sensor selbst gegen den tatsächlichen Kraftstoffdruck prüfen. Befestigen Sie dazu zunächst ein mechanisches Kraftstoffmenometer am Kraftstoffverteiler. Schließen Sie als nächstes einen Diagnosetester an das Fahrzeug an und wählen Sie den FPS-Datenparameter zur Anzeige aus. Starten Sie den Motor, während Sie gleichzeitig den tatsächlichen Kraftstoffdruck und die FPS-Sensordaten auf dem Diagnosetester anzeigen. Wenn die Messwerte nicht innerhalb von einigen PSI voneinander liegen, ist der Sensor fehlerhaft und sollte ersetzt werden. Wenn beide Messwerte unter den Kraftstoffdruckspezifikationen des Herstellers liegen, ist der FPS nicht schuld. Stattdessen liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Kraftstoffzufuhr vor, zum Beispiel eine ausgefallene Kraftstoffpumpe, die diagnostiziert und repariert werden muss. Stattdessen liegt einem